hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play deadpool ja wir sind glaube ich hier bei der letzten der drei prüfungen aber wenn ich mir gerade um unseren double penetration punkte konto stand da mal so angucke dann weiß ich dass ich jetzt erst mal ein bisschen shoppen werde und zwar was können unsere katana unsere katana können alles die pistilchen könnten noch etwas vertragen feuerrate mehr schaden wäre auf jeden fall sind voll denke das kann man bei den strohfinden machen auch mehr schaden und mehr feuerrate es ist verführerisch das war hier zusätzliches momentum nutze ich eh so wenig man das könnte durchaus gut sein aber was nehmen wir denn was nehmen wir denn gehen wir jetzt mal den hier oder ja der schaden auch verknifft ist immer gut und dann gehen wir da mal rein x geduld y schnell nachdenken ok ähm ja nee okay okay kann ich nicht einfach alle töten schade Revoltieren, okay. Ich kann es nicht mehr verlieren, ich kann es nicht mehr nehmen! Ihr wisst nicht, ich bin Loco! Ich bin Loco. Fahrkarte kaufen. Dein Ticket. Oh ja, machen wir das Ding. Wien mir einen Preis. Und nicht vergessen, zu schreien. Okay. Es wäre besser keine Clowns auf dieser Reise. Ich liebe Clowns. Und Kaus. Die Kaus sind Clowns, ohne das L am Ende. Kannonen abfeuern auf Y. Okay. Passiert hier noch was? Wieso haben wir eigentlich auf einmal so einen Piratenhut auf? Was? 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 Oh mein Gott. Oh. Hallo Möpse. Wieso ist da auf einmal ein Gummihuhn? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Doch schüss, ich hänge gerade alles. Ah Gott. Hey, was the fuck, what are you going to do? So put it down. 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 I want to die, please kill me. If you really want me, if you need it, kiss me. That's all. A single kiss. My hero. Well, that wasn't part of the plan. So put it down. So put it down. Okay. Langsam tut mir, äh, der linke Arm weh. Von den ganzen X-Warnbrücken. Ah, this is the life. A little cutie with the old Wolfie. Good times, Logan. What? 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 Oh, look, it's me. Oh, look. It's me. I guess you could say, this is a metaphor for all the messed up shit in my head. I resent that remark. Hey, who you calling messed up? Was genau mache ich hier eigentlich? Okay. Wow, strange. War es das jetzt? Können wir endlich wieder richtig spielen? Krass. Oh, ein Tunnel von Liebe. Das Fahrrad war Spaß. Aber ich kann nicht helfen, aber zu fragen, wo alle die Klonen sind. Du hast mehr gemacht, als du wissen. Nicht sprechen. Nur küsst mich. Okay. Hey, hey, ich bin zurück! Okay. Suck's, Travidee! Äh, falsche Taste. Hey, ich will da hoch. Das ist Gable. Gegner? Da. Bullets. I need these. Hehehe. Hehehe. So, wo ist denn hier der Mann mit dem... Hi. Wo ist denn hier der Mann mit, äh, der den Schutzschild ausspart? Was bist du? Au, 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 au. Was bist du denn? Hau, au, 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 wie ich bin. Oh, springen. Danke. Ist der jetzt platt? Endlich. Ja, 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 ja. Entspann dich. Bin ja gleich da. Diese komischen fliegenden Gegner, die gehen wir am meisten auf den Sack. Das liegt aber auch daran, dass unsere Waffen so gefühlt mal keinen Schaden machen. Die Destruktion des Katakombs kann jetzt beginnen. Jetzt können wir uns zusammen. 永遠. Diese Leute gehen nicht so schnell. Baby, du bist der Mütter. Du hast die Spirits für mich verlassen. Danke, mein Lieber. Jetzt. Du musst mich verlassen. Was? Nein. Nein, Babe. War das etwas, was ich gesagt habe? Oh, das ist etwas, du bist, Wade. Du bist hier. Geh. Fehl deine Reise. Und stopp, Sinister. Was? Ist das nicht Deadpools Bude? Das ist Deadpools Bude. Das ist Deadpools Bude. Kackblock ist gut. Ich dachte, er ist Kanadier. Egal. Egal. Let. What is this strange new world Death has presented us with? Duh. It's Genosha. We're back on the surface. Ah, I love it. It's very French. Focus. We should get to... Oh, my God. What's that over there? I smell cheap hot sauce. Deadpool! I know you're around here! Hey, hey! Oh, it's you. What were you doing over there? Just a little surprise for our player. What? Whatever. We gotta move. We need everybody on this one if we're gonna stop sinister. That means you too. Duh. It's my game. Game? This is serious. You quit scratching your ass, Bub, and get into the fight. Das ist ne verdammt dicke Banane. Meh. Oh, sad Deadpool. Ja, und was ist jetzt mit deinem Fahrrad? Ja, die X-Men über Genosha. Okay. Und was soll ich jetzt machen? 30.000 DP-Punkte. Kommen wir ja nicht weit mit. Okay. Yes. Heads up! Or evil chicks. Ready for a fight. Baaahhh. Hi. Oh, nasty slime. Should've used the five eyes. Should've used the five eyes. What? Give it up? How about buying? I don't know much food. Autsch. Great! Now I'm gonna boom lightning bolt. Endlich. Ich glaube, in der nächsten Evolutionsstufe werden wir definitiv die Feuerrate erhöhen. Yay! Okay. Wieder Bodentoppen. Au, 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 au. Au, au, au! Oh, Schau! Au, au, au! Bam! Das ist ja schön! Ach, er ist auch wieder da, okay. So, dich machen wir mal als erstes Blatt, da du mal in den Sack gehst. Kopf ab! Boah, hey, du schon wieder, ne? Sind doch schon wieder gestorben. Warum ist denn das auf einmal so schwer geworden? Was denn los? Naja, kommt schon. So, was ist mit dir? Treff ich hier nochmal? So, Ruhe. Gut, wir kümmern uns erstmal nach hier hinten. Nun trifft der Typ uns hoffentlich nicht so. Au. Right, they're full. Use them! So, was ist mit dir? Ach, du bist schon der Letzte. Ja, dann erwidere ich das Feuer und schieße die rüber weg. War doch jetzt gar nicht mal so schwer. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da so angestellt habe. Kommen wir hier noch irgendwo lang? Nö. Was kommt jetzt? Ach, nichts. Hier stürzt einfach nur was ein. Oh, dear. Nicht diese Leute wieder. Ah, super. Oh, schön. Was passiert denn, wenn wir hier wieder zurückgehen? Ach, schade. Da kommen wir natürlich nicht hin. Aber so können wir das natürlich auch machen. Na, schade. Wollte mich gerade teleportieren. Uh, 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 uh. Haha, you're gonna want to have a doctor to take a look. Ich will die Tilly noch ein bisschen, wenn sie nicht ausmacht. Ungefähr so. So, war ja nicht nur irgendwo eine alte. Ah, okay, die ist offensichtlich schon platt gewesen. Was mit dir? Okay, du hast nur leuchten Augen. Pasch schon. Das cool. Fuck yes. Jetzt gib mir all dein Essen, Moni. Sehr schlecht, dass wir unseren Sentinel-Boot verloren haben. Wir können das viel schneller gehen. Ja, in der Tat. Oh, wieder Gegner? Wollt ihr kämpfen oder wollt ihr schießen? Ah. Kommt schon. Das will not end well. So. So. Ach, da ist noch einer. Okay. Hup. Wie viel kommt denn hier noch? Aua. Oh, Mann. Und dann sind wir schon wieder gestorben, verdammt. Das war echt interessant, ne? Anfangs war, also es war eigentlich bis gerade eben noch relativ easy. Und jetzt wird das Spiel hier auf einmal eine Relation verdammt schwer. Oh, das kommt mir zumindest nur so vor. Aua. Rauf rumzuspringen. Verdammte Axt. Geht doch. So. Betrachte dich als Fieke hier jetzt. So. Gegner triggern. Oh, die Thumbt dann ist aber echt. Nice. Äh, kannst versuchen. Und, hopp, hopp. So, was schießt du hier die ganze Zeit auf mich? Du bist das. Fuck. Was? Wow. Fuck, wir sind doch wieder gestorben. Ey, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Schon wieder von vorne? Ey, langsam wird's nervig. Oh. Oh. Aua, aua, aua. Scheiße. Ja, in der Tat. Kommt doch erst mal zu mir. Stebbili-stepp, stepp. Ich bin ja kommend schaden, dann mach ich so. Bitte schön. So, und den letzten, bitte. Hey, komm, ich bin doch da runter, Digga. Kann nicht so schwer sein. So. Gegner, 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 Gegner. Aua. Aua, au, au. Gut, den Enten war auch. Aua. Gut, das sind nur die Ladies. Guck, guck. Ah, geschafft. Halleluja. Munition voll. Dann können wir nochmal eben gucken, was wir für die Knarren kaufen wollen. Mehr Munition, mehr Feuerrate. Oder mehr Schaden. Kaufen wir erstmal das. Danach machen wir die Schrotflinte voll. Vielleicht ist das einfach nur ein Fehler und ich hätte einfach direkt auf die komischen Laserteile da gehen sollen. Aber das hier ist ja so ein typisches Spiel. Das spielt man eigentlich zweimal durch. Habe ich das Gefühl. So, einmal Knarre wechseln. Wo bist du? Uh. Nice. Macht ja schon wieder direkt mehr Spaß. So, an dieser Stelle ist dann aber schon wieder Schicht für heute. Das war der Pool für heute. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ich spüre langsam am Schwierigkeitsgrad. Wir nähern uns dem großen Finale dieses Spiels. Und ich hoffe, wir sehen uns dabei. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.